Hallo, mein Name ist Frank Sackenheim, das ist eine neue Folge des Astrofotocast. In dieser heutigen Folge möchte ich mal darüber sprechen, ob wir Amateurastronomen, speziell wir Astrofotografen, heutzutage überhaupt noch in irgendeiner Form einen Beitrag zur Forschung leisten können oder anders gesagt, ob wir noch eigene Entdeckungen machen können. Das im Allgemeinen. Im Speziellen möchte ich über einen besonderen Fall sprechen. Da geht es nämlich um eine Amateur-Entdeckung. Es geht um NGC 5907, eine Galaxie. Und da hat ein Amateur eine tolle Entdeckung gemacht vor vielen Jahren. Und es stellt sich womöglich heute raus, dass diese Entdeckung falsch war. Über all diese Sachen möchte ich sprechen, nach der Intro. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, dass tief in uns Amateurastronomen, Astrofotografen dieser Wunsch immer noch da ist, vielleicht mal eine eigene Entdeckung zu machen. Ja, das ist ja Stoff aus dem Geschichtensinn. Es gibt unzählige Science-Fiction-Stories, Filme, Armageddon, Deep Impact, wie sie alle heißen, wo am Anfang ein Astronom, vielleicht sogar ein Amateurastronom eine Entdeckung macht. Meistens ist es ein Komet oder Asteroid, der womöglich die Erde treffen soll. Und am Ende geht es natürlich alles gut aus. Man schießt das Ding ab und so weiter und so fort. Ihr kennt die Stories. Ich hatte als Kind auch so ein Erlebnis mit einem Film. Das ist ein sehr unbekannter Film. 1985 lief der im Fernsehen. Ich erinnere mich eben an gewisse Sachen sehr genau. Der Film hieß Das Gespinst und in der Hauptrolle war Heiner Lauterbach als Astronaut im Space Shuttle. Er macht da ein Astrofoto. Man sieht in dem Gewimmel von Sternen sieht er plötzlich einen kleinen Fleck, fragt sich, was ist das? In der weiteren Folge dieses Films besucht er dann seinen Vater. Der Astronom ist in Chile, in La Silla am Observatorium, besucht ihn und beide beobachten dieses Objekt. Es stellt sich natürlich mal wieder heraus, dass es eine unheilvolle Wolke ist, eine giftige Wolke, die auf die Erde zurast. Das Ganze ist ein sehr, sehr unbekannter Film und auch noch so ein bisschen Familiendrama. Ich habe diesen Film gesehen. Falls ihr den auch kennt oder falls vielleicht sogar jemand eine Kopie davon hat, dann lasst es mich wissen. Ich würde ihn unglaublich gerne nochmal sehen. Aber wie schon gesagt, ist ein sehr unbekannter Film. Dieser Film hat mich aber sehr stark beeinflusst, denn der hat mich inspiriert. Also diese Entdeckung in so einem Foto, irgendwas zu sehen und zu entdecken, was möglicherweise bedeutend sein könnte, das ist natürlich irgendwo in meinem Unterbewusstsein immer da geblieben. Auch diese Fahrt, ich erinnere mich an eine Szene, wo er mit dem Auto den Berg rauf fährt zu den Observatorien, kommt an den Kuppeln an und so weiter und so fort. Immer wenn ich auf Teneriffa bin und den Berg rauf fahre und sehe da die Beobachtungskuppeln, die Observatorien, dann halte das immer noch nach. Es gibt so ein wohliges Kindheitsgefühl. Ja, auch ich denke, ihr kennt auch diese Frage. Mir wird die zumindest recht häufig gestellt, wenn ich Leuten erzähle, dass ich Amateurastronom bin und Astrofotos mache, dann fragen die auch ganz häufig, hast du denn schon mal was entdeckt? Und dann sage ich immer, das ist heutzutage nicht mehr so leicht, ich habe noch nichts entdeckt und die Profis sind uns da mittlerweile so überlegen, für Amateure wird es ganz schwierig. Das ist ein bisschen eine Ausrede, denn es gibt tatsächlich noch Möglichkeiten für Amateure auch Entdeckung zu machen. Darüber möchte ich ja heute sprechen. Ja, und 2008 gab es genau solch einen Moment. Es gab nämlich einen Amateurastrofotografen aus den USA. Der hat eine Aufnahme veröffentlicht von einer Galaxie, das war NGC 5907. Auf dieser Aufnahme war etwas zu sehen, was vorher noch niemand gesehen hatte. Dieses Bild wurde dann von der NASA zum Astronomy Picture of the Day gewählt. Kennt ihr bestimmt alle das Apot. Und heute spricht man von einer ikonischen Aufnahme, ist also wirklich auch ein sehr bekanntes Bild geworden, vor allen Dingen in Amateurkreisen. Viele haben daraufhin diese Galaxie auch sehr tief belichtet und darüber werde ich gleich noch ein bisschen sprechen. Ja, dieser Astrofotograf, dieser Amerikaner, der ist tatsächlich sehr bekannt und durch diese Aufnahme nochmal sehr viel bekannter geworden. Viele eifern ihm nach. Er hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag und so weiter und so fort. Es wurden dann auch Forscher aufmerksam auf dieses Bild und es gibt eben einen Wissenschaftler, der hat sich sozusagen der Aufnahme angenommen, hat gesagt, das ist ja ganz toll, was man da sieht und ich möchte das ein bisschen erforschen sozusagen, hat darüber ein Paper geschrieben, also ein wissenschaftliches Papier, hat das Ganze veröffentlicht, hat sehr interessante Thesen da aufgestellt, was eben diesen sogenannten Loop, den man da sehen kann, angeht. Am besten wir gehen mal an den Computer. Ich zeige euch mal ein bisschen was aus dieser Arbeit aus diesem Paper. Ja, das ist hier das sogenannte Paper, also diese wissenschaftliche Abhandlung, ein Papier auf Deutsch, wo es eben um diese Entdeckung geht. Und damit ihr wisst, worum es konkret geht, also es geht nicht um diesen Loop hier, diesen großen Loop, sondern es geht hier, ich fahre mit der Maus mal drüber. Es geht hier um diesen zweiten Loop, den man hier sieht. Es ist auch weiter oben erzählt hier, ich habe mir das mal ein bisschen markiert. Das ist schon bereits 1998 von einem einem Forscher des Shang und seinen Komplizen et al. heißt das dann immer, das ist der wissenschaftliche Ausdruck, dass da noch andere Leute mit beteiligt waren an der Arbeit. Also es gab 1998 von Shang et al. schon eine Aufnahme, eine Beobachtung, dass es da einen sehr, sehr schwachen elliptischen, elliptisch geformten Ring gibt um diese Galaxie. Aber eben damit ist dieser erste Ring gemeint und diesen zweiten. Das ist eben die Sensation der Aufnahme von 2008, dass hier noch so ein zweiter Ring ist. Und um den soll es in der weiteren Folge gehen. Ja, damit ihr genau wisst, worum es eigentlich hier geht. Es geht um sogenannte Sternströme. Es gibt einen Wikipedia-Artikel dazu. Als Sternstrom werden Sternassoziationen oder Bewegungshaufen bezeichnet, die in einer sehr ähnlichen Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit eine Galaxie umkreisen. Auch langgestreckte Wasserstoffwolken sind möglich. Sternströme entstehen aus Zwerggalaxien oder Kugelsternhaufen, die durch Gezeitenkräfte auseinandergerissen entlang ihrer Bahn verteilt worden sind. Ja, auch ein Zusammenstoß einer oder zweier Galaxien kann natürlich besonders interessante Formationen erzeugen. Hier ist mal so eine Grafik gezeigt. Da geht es um einen Sternstrom oder um mehrere Sternströme, die es sogar um unsere eigene Milchstraßengalaxie gibt. Und die wurden scheinbar 2007 entdeckt. Auch eine sehr spannende Geschichte. Ja, ich habe mir hier so ein paar Textstellen mal markiert. Also die Existenz dieser Struktur ist wahrscheinlich geformt und hat überlebt für viele, viele Gigajahre. Also da komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Also das ist nichts, was sich irgendwie in kurzen Zeitformen verändern kann. So, dann wurden eben auch nicht nur diese Beobachtungen gemacht, sondern was heute in der Astronomie gang und gäbe ist, ist, dass am Computer sogenannte Simulationen gemacht wird. Also es wird irgendwie ein Computerprogramm gestartet, wo man verschiedene Parameter konfigurieren kann. Und dann kann man eben in so einer Simulation schauen, ob das denn ein mögliches Szenario ist, was wir da sehen. Und wenn diese Simulation übereinstimmt mit der Beobachtung, dann geht man eben davon aus, dass man hier sozusagen richtig liegt. Hier gibt es schon so eine kleine Einschränkung, habe ich mir auch markiert. Unfortunately, with no kinematic data and only the projected geometry of the stream as a constraint, the parameters of our model are considerably degenerate and for now must be considered illustrative only. Also da ist schon so eine kleine Einschränkung dabei, dass diese Geschichte möglicherweise, dass man da noch andere Daten braucht. Also ich gehe mal davon aus, dass es hier zum Beispiel tatsächlich um sehr genaue astrometrische Daten geht. Ich kenne mich jetzt nicht wirklich sehr gut aus, aber ich kann mir vorstellen, dass dieser neue Gaia-Katalog da vielleicht eine interessante Rolle spielen könnte, dass man hier eben noch ein Stückchen weiter kommt. Weiß ich aber nicht. Vielleicht schaut ein Astronom zu und kann uns da ein bisschen mehr Auskunft geben. Ja, dann gibt es natürlich in solchen Papers, gibt es immer diesen Abschnitt, der kommt meistens ziemlich am Anfang, Observation and Data Reduction. Hier steht, dass dann auch ein Master Flat gemacht wurde aus zehn separaten Sky Flats. Wenn ich weiß, was ein Sky Flat ist, schaut sich meine Folge über Flats an. Da erfährt er, was ein Sky Flat ist. Und weiter steht dann hier Also was heißt das? Um diese Strukturen hier deutlicher zu zeigen, wurden zwei Standard-Bild-Bearbeitungstechniken angewandt. Das eine ist eine sogenannte Histogramm-Equalization. Ob es sich jetzt hier um einen ganz normalen Stretch handelt oder um eine spezielle Bearbeitungstechnik, die ich bisher noch nicht in einer meiner Folgen besprochen habe, da müsste ich selber nochmal genau nachforschen, was damit gemeint ist. Und Groschenblur, das ist einfach Weichzeichnen. Ja, das ist so eine Art Rauschfilter, kann man sagen, um hier irgendwie die Strukturen noch deutlicher herauszuarbeiten. Ja, hier ist ein weiteres Bild. Hier ist dann auch noch mal ziemlich genau beschrieben, worum es geht. Und hier ist eben dieser Bogen, der hier mit E2 gekennzeichnet ist. Um den geht es eben. Das ist eben diese Sensation dieser Aufnahme gewesen, dass hier noch so ein zweiter Bogen ist. Also der ursprüngliche erste Bogen, der hier mit E1 gekennzeichnet ist, der war schon bekannt. Aber dieser Bogen E2 war eben neu. Und das war so eine Art Sensation, wenn man will. Dann wird hier nochmal auf die Simulation eingegangen und hier gibt es dann wohl eine Grafik und eine Datenlage. Ich habe das jetzt nicht alles gelesen, weil ich davon auch wirklich nichts verstehe. Aber so, um einen groben Überblick zu kriegen, wird dann hier eben auch diese Simulation gezeigt, die sich wohl mit den Beobachtungen entdeckt. Und da kann man eben diesen zweiten Loop scheinbar mit erklären. Ich erinnere mich ziemlich genau, als dieses Bild abhört wurde, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Und ich war nicht der Einzige, der gedacht hat, uh, das sieht aber ziemlich bearbeitet aus. Also das ganze Bild hat einen sehr unnatürlichen Eindruck für meinen Geschmack. Und viele haben gesagt, da wurde mit Photoshop ordentlich drin rumgemalt. Und jetzt will man ja niemandem was unterstellen oder gar unterstellen, dass er da was reingemalt hat, was da gar nicht ist. Das ist wahrscheinlich auch nicht der Fall, um das mal vorweg zu nehmen. Aber das Bild sah sehr stark bearbeitet aus. Und viele Astrofotografen waren eben skeptisch, ob das denn so alles der Wahrheit entspricht. Jetzt hatte ich die Gelegenheit, diesen Astrofotografen bei einer Konferenz zu sehen. Er hat dort einen Vortrag gemacht, eben genau was diese Thematik angeht, nämlich dass Amateur-Astrofotografen Galaxien belichten und mit Profi-Astronomen zusammenarbeiten. Und da wurde natürlich auch dieses Bild thematisiert. Und er hat uns da die Rohaufnahmen gezeigt. Und wir haben alle gesagt, okay, die Rohaufnahmen, da sieht man diesen Loop, um den es da geht, auch schon. Also wahrscheinlich wird ja alles mit rechten Dingen zugehen. Gut, er hat bei der finalen Bildbearbeitung im Farbbild ordentlich hingelangt, sozusagen für meinen Geschmack übertrieben. Aber es schien doch dann so, als wäre das schon alles mit rechten Dingen zugegangen. Ja, bis eben vor wenigen Monaten andere Forscher, andere Astronomen eine Aufnahme dieser Galaxie gemacht haben und haben dann ebenfalls ein Paper veröffentlicht. Und was in diesem Paper steht, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Ja, dieses Dragonfly Team hat dann eben eine Beobachtung gemacht oder eine Aufnahme gemacht. 2019 hat dazu auch ein Papier veröffentlicht. Da steht jetzt drin, einer der ersten Sätze, den ich mir markiert habe. We find that the stream has a qualitatively different morphology from that reported in the 2008 study. Also, sie sagen, irgendwie dieser stellare Strom sieht irgendwie doch deutlich anders aus, als in der Arbeit von 2008. Das ist eben diese Arbeit, die ich euch vorhin gezeigt habe. So, und höchst interessant gleich der nächste Satz hier, den ich mir markiert habe. Da schreiben sie nämlich, dass ihre Simulation auch ganz gut passen zu dem, was sie da beobachtet haben. So, und jetzt kommt langsam richtig Spannung in die Sache. Jetzt wird die Sache interessant. Ja, und auch in dieser Arbeit steht quasi in der Einleitung erstmal, dass dieser Sternenstrom, um den es hier geht, schon früher entdeckt wurde, nämlich 1998 von Chang et al. und Chang et al. beziehungsweise 1999. Und das war irgendwie eine bemerkenswerte Entdeckung, weil man vorher eben solche Beobachtungen nicht machen konnte. Und mit diesen Aufnahmen von 1998, also den wirklich ersten Aufnahmen, hat man plötzlich einen solchen stellaren Strom entdeckt. Und das geht ja aus beiden Arbeiten hervor, dass das sozusagen die erste wirklich tolle Entdeckung waren. Die wird hier auch keinesfalls angezweifelt. So, jetzt geht es hier im weiteren Verlauf um dieses Paper von 2008, also eben auch um diese Aufnahme von einem amerikanischen Amateur-Astronomen. Ja, hier steht dann eben, also ich habe mir das Gelb markiert, dass diese Aufnahme ja eine ikonische Aufnahme war, beziehungsweise hier steht genau genommen, dass diese Aufnahme zu einem ikonischen Status hochgehoben wurde. Also es ist schon so ein bisschen, es ist immer noch wissenschaftliche Sprache, aber es wird schon so ein bisschen gestichelt. Und es steht aber auch hier, dass man später Aufnahmen gemacht hat von der Galaxie nämlich 2016, unter anderem mit dem Spitzer Space Teleskops und da da, dass in diesen Daten überhaupt nicht erwähnt wurde, dass da irgendwie einen zweiten Loop gibt. Ja, also hier gibt es schon, das ist schon irgendwie harter Tobak, auch wenn das alles freundlich ausgedrückt wird. Aber hier wird schon gesagt, Freunde, in diesem Paper von 2008 habt ihr irgendwie einen zweiten Loop gezeigt. Wir können den nicht beobachten, andere beobachten den auch nicht. Was ist da los? Hier gibt es jetzt einen Haufen Bilder. Man sieht, das ist alles viel kleinskaliger hier, also erkläre ich gleich ein bisschen was zu. Das Teleskop war also nicht besonders groß, mit dem hier fotografiert wurde. Und man sieht hier eben deutlich diesen ersten Loop, von dem immer die Rede war. Man sieht aber eben überhaupt nichts von dem zweiten Loop. Man sieht stattdessen hier irgendwie diesen hier markierten Western Stream. Und hier gibt es noch so einen Eastern Feature. Also hier gibt es im Osten noch irgendwie so eine Struktur irgendwie, die hier beschrieben wird. Hier wird das Ganze nochmal grafisch mit abgebildet. Und hier ist nochmal eine deutlich Kontrast verstärkter Aufnahme. Ja, mal ein bisschen was. Hier gibt es auch wieder diesen Abschnitt, der immer ziemlich früh kommt. Observations and Reduction. Und ich zeige euch mal ein paar Bilder von diesem Dragonfly Teleskop. Das ist nämlich ganz erstaunlich und für Amateure natürlich total interessant. Das sind Canon Teleobjektive, die hier zusammengeschaltet wurden. Hier in dem einen Bild sieht man mal wirklich den ursprünglichen Testaufbau. Das könnte also tatsächlich ein Standard-Amateur- Ausrüstung sein, die hier benutzt wurde. Damit wurden die ersten Tests gemacht. Das ist übrigens eine SBIC ST 8300. Hatte ich auch mal an einem ganz normalen, stinknormalen 300 Millimeter oder 400 Millimeter Canon Teleobjektiv. Das wurde dann ausgebaut. Da wurde irgendwie ein kleines Foto Array gebastelt draußen. Im Laufe der Jahre wurde das immer und immer größer, wie wir hier an den Aufnahmen sehen können. Es gibt mittlerweile auch andere Teleskope, die ähnlich aufgebaut sind, in verschiedenen Sternwarten über die ganze Welt verteilt. Also es gibt nicht mehr nur dieses Dragonfly-Ding. Es gibt da auch noch andere Sternwarten-Observatorien, die eine ähnliche Vorrichtung haben, um eben solche Beobachtungen zu machen. Ja, insgesamt sind das mittlerweile scheinbar 48 Canon 400 Millimeter F 2,8 Telefoto Lenses. Alle mit so einer SBIC ST 8300 geschaltet. So, dann steht hier weiter, dass die Bilder gemacht wurden mit einem sehr, sehr großen, nämlich 25 Bogenminuten ungefähr, dieser Radius. Und für alle, die meinen Fotocast aufmerksam verfolgen, hier steht es, the data are sky limited, also hintergrund limitiert, wird hier gearbeitet bei den Profis. Also hier steht dann weiter, dass dieses Array von Teleobjektiven vergleichbar wäre mit einem 1 Meter Teleskop bei einer Blende von 0,4, was ja schon erstaunlich ist. Ja, dann steht hier weiter, dass man mit diesem Array eben sehr tief kommt. Das Problem ist eben die Auflösung der ganzen Geschichte. Also die Auflösung ist nicht so toll, aber man kann eben sehr, sehr tiefe Aufnahmen machen. Dann steht hier noch ein bisschen was zu Bildbearbeitungstechniken. Ich will nicht behaupten, dass ich hier alles verstanden habe, aber man schreibt hier schon sehr deutlich, dass man alles Mögliche getan hat, um zum Beispiel Reflektion und so weiter und sofort haarlos zu eliminieren. Und im weiteren Verlauf stehen hier dann auch die Methoden, die dafür angewandt wurden, erklärt. So, jetzt gibt es hier einen Punkt, der heißt Discussion, und da wird es langsam interessant. In this letter we present the Dragonfly imaging of the NGC 5907 system, focusing on its well-known stellar stream. We find a relatively straightforward system composed of the remnant of a progenitor galaxy, a leading tail and a long-faint trailing tail. So, also man sagt, hier sind unsere Aufnahmen und das wäre alles straightforward, also es wäre alles nichts Besonderes, könnte man alles gut erklären. Und es gibt eben eine deutliche Struktur hier, das ist eben dieser erste Bogen und dann eine längere, sehr schwache Struktur. Das ist eben das, was man in den Bildern hier sehen konnte. Na, wo sind sie? Naja, das ist eben das, was hier so weit von der Galaxie weg geht oder hier auch in dem Bild ganz schwach zu sehen. Ja, weiter steht hier, dass das Ganze sehr gut in Deckung gebracht werden kann mit der ursprünglichen Entdeckung von Chang et al., also von 1998. Es ist aber auch hier beschrieben, dass es irgendwie einen deutlichen Unterschied gibt zu diesem Paper von 2008, wo eben die Aufnahmen von dem Amateur-Astronomen dann sind. Ja, dann steht hier weiter, dass es noch ein paar andere Ungereimtheiten gibt, was diese Aufnahme von 2008 angeht, in ihrer eigenen Aufnahme. Und hier steht, we can definitely determine that the cause of these discrepancies with MO8, also MO8 ist hier sozusagen der Codename für irgendwie dieses Paper von 2008, but a likely explanation lies in the image processing procedures that were applied to the data. Und jetzt wird es interessant, the MO8 data were obtained and processed by an experienced amateur astronomer. Also schon gesagt, hier war ein erfahrener Amateur-Astronom am Start. Amateurs have played an important role in this field as they convincingly demonstrate the power of small telescopes for low surface brightness imaging. So, was heißt das? Also, die Amateure haben also in den letzten Jahren gezeigt oder haben eine große Rolle gespielt in dieser ganzen Entwicklung und gezeigt, demonstriert, dass man mit kleinen Teleskopen eben, ja, zwar nicht eine große Auflösung erreichen kann, aber eben sehr tief gehen kann. Und das ist eben das Interessante an dieser Thematik hier, wo ich später noch ein bisschen drauf eingehe. However, the methods that are used by the amateur community typically do not allow for quantitative analysis. Und jetzt kommt so ein bisschen Boxer in die Magengrube. As the image processing is generally optimized for aesthetic qualities rather than preserving the linearity and noise properties of the data. Also hier steht drin, die Amateure machen pretty pictures und es taucht auf Deutsch gesagt nichts für wissenschaftliche Arbeit. Bums! Der hat gesessen. Ja, dieses sogenannte Dragonfly Team hat dann eben dieses Paper veröffentlicht. Sie haben sehr freundlich in diesem Paper auch geschrieben, dass es möglicherweise sein könnte, dass hier die Amateure mit verschiedenen Techniken in der Bildbearbeitung arbeiten und das womöglich dazu geführt hat, dass sich da dieser zweite Loop irgendwie eingeschlichen hat oder was auch immer. Wie gesagt, in dem Paper geht es noch sehr freundlich zu, aber hinter den Kulissen ging es dann doch ein bisschen heftiger zu. Also es ist auf Deutsch gesagt eine handfeste Auseinandersetzung darüber entstanden, wer jetzt Recht hat. Das hat natürlich so ein bisschen die Runde gemacht. Diese Wissenschaftler haben dann unabhängig voneinander verschiedene Amateur-Astrophotografen angeschrieben, die nämlich auch diese Galaxie sehr tief belichtet haben und nachgefragt, sag mal, könnt ihr das bestätigen, können wir die Rohaufnahmen haben? Wissenschaftler, Astronomen interessieren sich immer nur für die Rohaufnahmen, ganz wichtig, also keine Farbbilder. Und erstaunlicherweise war es dann so, dass sowohl bei dem Amerikaner als auch bei vielen Amateuren plötzlich diese Rohaufnahmen verschollen waren. Auch hier will ich niemandem was unterstellen, nicht jeder bewahrt seine Aufnahmen auf und ich glaube den Leuten auch, dass sie tatsächlich die Rohaufnahmen nicht auf ihrem Computer gespeichert haben, weil das ist auch alles schon sehr lange her. Aber ihr merkt, das Ganze bekommt irgendwie so eine gewisse Brisanz, ein kleines Geschmäckle, wie man in Schwaben sagen würde. Und ja, natürlich haben dann andere Leute gesagt, was ist das Problem? Wir schauen einfach mal nach, belichten auch mal diese Galaxie und gucken, was ist denn jetzt Sache? Wer hat denn da jetzt einen Fehler gemacht? Ja, und ein deutscher Astronom hat genau das getan, der hatte gute Beziehungen zu einem Observatorium, die hatten Beobachtungszeit frei und hat eine sehr tiefe Aufnahme mit einem professionellen Teleskop, mit einer sehr empfindlichen Kamera gemacht und hat das professionell bearbeitet und stellt fest. Ja, was stellt er fest? Erstmal wird hier erwähnt in der Einleitung, also es werden diese ganzen Aufnahmen, von denen ich schon und die Papiere, von denen ich schon gesprochen habe. Also das 1998er Papier, 2008er Papier und dann eben das Neueste von, ich glaube 2019 war es, vom Dragonfly Team, genau 2019 wird hier beschrieben, die Diskrepanz. Und dann schreibt er, this calls for an independent observation. Also, das schreit nach einer unabhängigen Beobachtung. Genau das macht er hier. Er hat Beobachtungszeit in Serbien an einem 1,4 Meter Teleskop bekommen. Eine sehr empfindliche, professionelle Kamera und dabei ist Folgendes rausgekommen. Ja, was ist herausgekommen? Oh Wunder, es gibt diesen ursprünglichen Loop, der schon vor 20 Jahren beobachtet wurde und dieser zweite Bogen, der eigentlich hier sein soll, ist auf der Aufnahme nicht da. Ja, jetzt gibt es hier auch, habe ich mir markiert, ich gehe da jetzt mal nicht drauf ein. Es gibt hier auch wieder irgendwie ein paar Erklärungen zur Aufnahmestrategie und so weiter und so fort und das alles mit tollen Flats gemacht wurde und mit einer tollen Sky Subtraction und so weiter und so fort. Und hier nochmal die Bilder und im Vergleich mit dem Dragonfly Team, dass es alles schön übereinstimmt, aber eben nicht übereinstimmt mit der 2008er Amateuraufnahme. Das wird dann hier nochmal deutlich gemacht, da sollte nämlich hier, wo dieser rote Bereich markiert ist, sollte nämlich eigentlich dieser Bereich liegen und sogar hier dieser blaue Bereich, der fehlt auch. Also dieser blaue Bereich, der ist eben auch in der Amateuraufnahme drin und jetzt wird es langsam echt eng. Ich habe euch mal den Blogartikel von dem Autor hier dieses Papers unter dem Video verlinkt, dann könnt ihr die ganze Geschichte auf Deutsch auch nochmal schön nachlesen, ist da auch schön aufbereitet. Ja, man könnte jetzt ein bisschen polemisch sagen, jetzt steht es 2 zu 1, also zwei seriöse Quellen haben jetzt quasi Aufnahmen gemacht und da sieht man diesen zweiten Loop eben nicht. Und das ist ja schon ziemlich erdrückende Beweislage. Die Frage ist aber doch jetzt, was ist denn da passiert? Wie kann das denn sein? Jetzt gibt es natürlich verschiedene Spekulationen. Klar liegt jetzt irgendwo nahe, dass auch Leute sagen, vielleicht hat der amerikanische Astrophotograf da einfach gefuscht, aber wir unterstellen ja niemandem was Böses oder dass jemand da absichtlich betrogen hat. Wir gehen eher mal davon aus, dass irgendwo ein Fehler unterlaufen ist. Wovon wir ganz sicher ausgehen können ist, dass sich dieser Sternstrom innerhalb von 10 Jahren nicht einfach in Luft aufgelöst hat. Ja, der wird immer noch da sein oder auch nicht, aber der löst sich nicht einfach aus. Solche Strukturen verändern sich nicht in solch einer irdischen Zeitskala. Also wenn sich ein Supernova-Überrest vielleicht mal ein bisschen verändert in 50 Jahren, das kann man auch dokumentieren, aber so ein Sternstrom, das dauert hunderttausende von Jahren, bis sich da irgendwas tut. Und das wird also nicht in 10 Jahren da so eine deutliche Veränderung gegeben haben. Also das Problem wird eher irdisch sein. Die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass da einfach bei der Bildbearbeitung irgendwas schiefgelaufen ist. Das Wahrscheinlichste wird sein, dass es mit der Aufnahmetechnik zu tun hat, zum Beispiel mit den Flats. Da kann was schiefgelaufen sein. Es sind alles nur Spekulationen. Wir können es nicht wirklich sagen. Die Rohaufnahmen sind nicht mehr da. Es ist schwierig. Dann kann es natürlich sein, dass es mit der Bildbearbeitung im Anschluss zu tun hat. Auch hier sieht man, dass in dem ursprünglichen Paper das so eine recht amateurmäßige Bildbearbeitung ist. Also das ist nicht böse gemeint oder abwertend gemeint, aber man erkennt doch in den anderen Papers, da wurde ein bisschen sorgfältiger und mit anderen Methoden nochmal gearbeitet. Die viel interessantere Frage ist ja, wie kann es sein, dass nach der Aufnahme des Amerikaners viele andere Astrofotografen auf der ganzen Welt diese Galaxie eben auch belichtet haben und man dort auch, zumindest in den Aufnahmen im Internet, dann diesen zweiten Loop sieht. Und meine Meinung zu dem Thema ist die, dass hier die Antwort mal wieder so ein bisschen in der Psychologie zu suchen ist. Man kennt das vielleicht von einem Teleskop-Treffen bei den Visuellen, bei den Dobsonauten, wenn man da durch so einen Dobson guckt und man sieht ein sehr schwieriges Objekt und da sagt jemand begeistert, also ich hatte das zum Beispiel mal mit dem Pferdekopfnebel, ich glaube das waren 20 Zöller oder so, da wollte mir jemand den Pferdekopfnebel zeigen. Ich habe gesagt, visuell, wow, kann man den sehen? Und er hat gesagt, ja hier, ich habe ihn gerade im Okular, habe da durchgeguckt und habe gesagt, ganz ehrlich, ich sehe den nicht. So, und ihr kennt das vielleicht, wenn ihr selber schon mal mit zwei, drei Leuten irgendwie ein schwieriges Objekt visuell beobachtet habt, der eine sieht was, der andere sagt, ganz ehrlich, wo soll das denn sein, ich sehe das nicht. Und der andere sagt, ja, ja, sehe ich auch. Und das ist eben die Psychologie, also vielleicht so diese Verlegenheit, dass man da irgendwie mit den eigenen Fähigkeiten vermeintlich irgendwie nicht rangekommen ist, vielleicht irgendwas nicht gesehen hat oder die eigenen Aufnahmen nicht so gut sind. Ich glaube, das spielt hier die entscheidende Rolle, was diese ganze Geschichte angeht. Ebenfalls interessant ist, ich habe diesen letzten Artikel auf Facebook gepostet und dann hat mich ein Astrofotograf angeschrieben, hat gesagt, vielen Dank für diesen Artikel, das wäre eine wirkliche Erleichterung für ihn, weil er hat in den vergangenen Jahren diese Galaxie belichtet, hat niemals diesen zweiten Loop gesehen, hat gesagt, dieses Paper gibt ihm plötzlich die Gewissheit, dass es womöglich gar nicht da war und er hat sich eben an sich selber gezweifelt und das ist das, was ich mit der Psychologie meine. Ja, auch an dieser Stelle, ich möchte niemandem irgendwas unterstellen. Ich habe tatsächlich selber auch Aufnahmen gesehen, habe da reingeguckt und habe gesagt, das ist schwierig, da überhaupt was zu erkennen und wenn dann die Flats nicht hundertprozentig passen, das ist eine harte Kiste und ja, also dieser Nachweis irgendwie von diesem zweiten Loop ist echt eine schwere Sache. Ja, was lernt man jetzt aus solchen Geschichten? Also es ist ja noch nicht vorbei, die streiten sich immer noch und ihr könnt selbstverständlich selber mal, wenn ihr ein lichtstarkes Teleskop habt, eine empfindliche Kamera, einen guten Himmel und viel, viel Zeit, dann könnt ihr ja mal selber diese Galaxie belichten, sehr tief belichten. Wenn ihr richtig gute Flats macht und guten Himmel habt, eine saubere Bildbearbeitung und so weiter und so fort, könnt ihr ja mal selber euch ein Bild davon machen und unter Umständen schreiben euch sogar diese Profis dann an, wollen die Aufnahmen haben. Also da ist immer noch, wie wir so sagen, Musik in der Geschichte. Aber nochmal, was lernen wir jetzt daraus? Also auf der einen Seite wirft das Ganze nicht so ein richtig gutes Licht auf uns Amateure und in einem Paper wird auch geschrieben, die Amateure haben da so ihre Methoden und die sind nicht immer richtig stichhaltig. Das ist so eine Sache, also ich stehe schon sehr darauf, wenn man bei der Astrofotografie auch wirklich ein bisschen professionell vorgeht und belastbares Material hat. Also ich liege immer Wert darauf bei meinen Aufnahmen, dass die astrometrisch und sozusagen fotometrisch, zumindest das Rohmaterial, belastbar sind. Also ich male da nicht drin rum oder bastle da mit irgendwelchen Filtern drin rum, wo möglicherweise Sternpositionen verändert werden und so weiter und so fort. Ich nehme das schon sehr genau, auch mit den Flats, Darks, Bias und so weiter. Ihr wisst das, wenn ihr meinen Kanal schaut, grundsätzlich versuche ich hier auf dem Kanal zu vermitteln, eine sorgfältige Bildgewinnung und Bildverarbeitung. Also nicht zu viel übertreiben mit den Entrauschfiltern und so weiter und so fort. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also das ist so ein bisschen, wo ich mich da bestätigt sehe. Ja, sauber arbeiten, man weiß nie. Vielleicht kommen irgendwann mal Profis auf einen zu und sagen, das ist eine interessante Aufnahme. Ist mir auch schon passiert, mich haben in anderem Zusammenhang schon Profis angeschrieben, haben gesagt, diese Aufnahme ist sehr tief, die ist sehr interessant. Wir möchten da mal gucken, hast du das Rohmaterial? Und dann möchte man nicht sagen, ja, aber womöglich habe ich da ein bisschen dran rumgespielt. Also das ist für mich so das Fazit. Die andere Geschichte ist, ich habe selber immer geglaubt, ich stecke natürlich nicht tief in der Materie, wie die Profis arbeiten, aber ich habe immer geglaubt, dass diese Simulationen, die diese Profis da machen, dass die auch ziemlich eindeutig sind. Und dann habe ich mal jemanden kontaktiert und habe gefragt, wie ist denn das? Und der hat mir dann bestätigt, naja, man kann da an den Parametern ziemlich rumdrehen, bis es letztendlich passt. Also da möchte ich nochmal ein bisschen tiefer reingehen, möchte mal fragen, was solche Simulationen dann eigentlich für einen Sinn machen, wenn man die so beeinflussen kann, dass am Ende das rauskommt, was man gerne hätte. Das ist jetzt ein bisschen provokativ gesagt, aber ich würde es gern verstehen. Ja, welche Möglichkeiten als Amateurastrophotograf oder als Amateurastronom haben wir denn heute noch, um wirklich so einen Beitrag zur Forschung zu machen? Und eben diese Aufnahme hat mit dazu geführt, dass viele Profis eben mit Amateuren zusammenarbeiten. Die Amateure haben hier einen entscheidenden Vorteil. Die haben Beobachtungszeit, ja, die haben ihre Teleskope teilweise sogar remote oder im Garten stehen und können jede klare Nacht nutzen, um Aufnahmen zu machen. Und das haben die Profis nicht. Bis man mal irgendwie so Beobachtungszeit, so nennt sich das, an einem professionellen Teleskop hat, muss man erstmal so einen ganzen bürokratischen Apparat durchlaufen. Dann dauert das Monate womöglich, bis dann die Beobachtung gemacht wird. Und die ist dann eben nicht 40 Stunden oder so, sondern vielleicht nur zwei Stunden. Also wir Amateure haben den enormen Vorteil. Wir haben Kapazitäten. Und was diese Galaxienbeobachtung angeht, also insbesondere was Zwerggalaxien angeht oder Sternenströme, haben wir eben lichtstarke, teleskopempfindliche Kameras. Und wir brauchen nicht die Auflösung, um solche Beobachtungen zu machen, wie sie die Profis mit ihren großen Teleskopen haben. Das heißt, das ist wirklich ein Riesenvorteil. Und da stürzen sich so einige Profis auf uns Amateure. Und natürlich ist das so eine Win-Win-Situation. Also es ist verlockend, wenn man dann den eigenen Namen zum Beispiel in so einem wissenschaftlichen Paper sieht. Und auf der anderen Seite bekommt der Wissenschaftler schöne Daten, also Bilder, die sehr tief sind und so weiter und so fort. Ich will das alles nicht verurteilen. Das ist sehr, sehr spannend. Und es gibt in Deutschland tatsächlich eine Gruppe von der VDS, die heißt Tiefbelichtete Galaxien. Federführend ist hier der liebe Peter Riepe, der an der Stelle gegrüßt sei. Und an den könnt ihr euch wenden. Ich verlinke mal zu dieser Gruppe unter dem Video in dem Bereich, den man da aufklappen muss. Da setze ich einen Link rein. Und dann könnt ihr euch mal ein Bild von dieser Gruppe machen. Da könnt ihr euch einfach selber beteiligen, vorausgesetzt ihr habt eben Interesse. Eine sehr interessante andere Geschichte ist die Durchforstung von Himmelsdurchmusterung, also von bereits existierenden Aufnahmen, die abgelegt sind in solchen Sky Surveys. Und es gibt da eine Gruppe, die heißt Deep Sky Hunters. Und die durchsucht diese Aufnahmen eben zum Beispiel nach planetarischen Nebeln, aber auch nach Sternhaufen. Ihr habt vielleicht schon mal von Ledue gehört, von Strottner oder Kronberger. Da gibt es verschiedene Objekte, haben Amateur-Astrophotografen auch schon aufgenommen. Kronberger ist ein relativ bekannter Name in diesem Zusammenhang. Seit neuestem gibt es auch einen deutschen Astrophotografen, der in dieser Gruppe mitarbeitet ist, der liebe Marcel Drexler. Er hat ein sehr interessantes Video gemacht über seine Arbeit. Das verlinke ich euch auch mal. Könnt ihr euch auf YouTube vielleicht im Anschluss an dieses Video anschauen. Ja, wie gesagt, die durchforsten eben diese bestehenden Sky Surveys und schauen da nach möglichen Kandidaten für planetarische Nebel oder Sternhaufen und so weiter und so fort. Und da kann man tatsächlich, wie Marcel bewiesen hat, noch eigene Entdeckungen machen und die bekommen dann den eigenen Namen. Jetzt ist es so eine Sache mit den Deep Sky Hunters. Wenn ihr das mal googelt, werdet ihr schwer nur eine Website finden. Also es ist so ein bisschen ein magischer Zirkel, sage ich mal. Da könnte der Marcel jetzt viel mehr drüber sagen. Das ist so der Eindruck, den viele von außen haben. Also da reinzukommen, da muss man sich wahrscheinlich erstmal an die richtigen Leute wenden, sich ein bisschen rantasten. Und ja, die müssen vielleicht sehen, dass man da nicht nur auf den schnellen Erfolg aus ist, sondern vielleicht wirklich mitarbeiten will. Könnte ich mir so vorstellen. Ja, eine der ältesten Disziplinen der modernen astronomischen Beobachtung mit Teleskopen und Kameras und so weiter und so fort ist natürlich die Astrometrie, also die Vermessung von Sternpositionen oder den Positionen von Himmelskörpern im Allgemeinen. Unsere Kameras und Teleskope sind sehr, sehr gut dafür geeignet, astrometrische Beobachtungen zu machen, also Sternpositionen oder Himmelskörperpositionen zu vermessen und wirklich mit einer großen Genauigkeit. Hier können wir selbstverständlich auch einen Beitrag leisten. Wir entdecken vielleicht nicht neue Sachen, aber wir können immerhin zum Beispiel Bahndaten von Asteroiden oder Kometen bestätigen, die den Forschern wiederum helfen, um Prognosen zu machen. Natürlich, Leute, die sich viel mit Astrometrie auseinandersetzen, die das vielleicht regelmäßig machen, machen auch irgendwann mal eine Entdeckung und dann kann es sein, dass ihr vielleicht einen Asteroiden oder vielleicht sogar einen Kometen entdeckt, der dann euren Namen trägt. Wenn ihr euch für das Thema interessiert, ich verlinke unter dem Video mal auf die Software Astrometrica. Das ist sozusagen der Standard im Amateurbereich, um astrometrische Beobachtungen zu machen, also um Aufnahmen astrometrisch zu vermessen. Das ist eine Software, die wurde geschrieben von Herbert Raab, einem österreichischen Astrofotografen. Link, wie gesagt, in der Beschreibung unter dem Video. Ja, zweite sehr alte Disziplin schon, ich wusste gar nicht, dass es die so lange gibt, ist die Fotometrie. Ich war neulich im Deutschen Museum in München und da gibt es eine Ausstellung, da gibt es sehr, sehr alte Fotometer. Da war ich sehr erstaunt, wie lange es diese Technik schon gibt. Und auch hier sind unsere modernen Kameras sehr, sehr gut geeignet, um also die Helligkeiten von Himmelskörpern zu bestimmen. Auch hier gibt es spezielle Softwares. Auch hier kann ich euch mal einen Link setzen unter das Video, falls ihr euch dafür interessiert. Man kann zum Beispiel Veränderliche beobachten. Man kann heutzutage mit Amateurmitteln sogar Exoplanetentransits beobachten. Das ist natürlich eine sehr spannende Sache. Ob man da eine eigene Entdeckung macht, das glaube ich eher nicht. Aber man kann vielleicht einen kleinen Beitrag zur Forschung leisten. Ja, und natürlich auch eine ganz alte Disziplin, die wirklich die Forschung sehr vorangebracht hat zu einem gewissen Zeitpunkt, ist die Spektroskopie. Also das Erstellen, Vermessen, Interpretieren von Stern- oder Galaxiespektren. Auch hier kann man mit Amateurmitteln schon tolle Sachen machen. Und wer sich dafür interessiert, da gibt es auch eine eigene Gruppe innerhalb der VDS, die sich mit Spektroskopie auseinandersetzt. Auch da verlinke ich mal unter dem Video. Auch hier ist es so, ich glaube nicht, dass man dann noch einen bedeutenden Beitrag zur Forschung leisten kann oder gar eigene Entdeckungen machen kann. Das wäre schon ein ziemlicher Knaller. Aber es ist doch sehr, sehr interessant, um auch vor allen Dingen die Physik hinter diesen ganzen Himmelsobjekten besser zu verstehen. Und für jemanden, der sich wirklich für Technik interessiert, vielleicht auch ein bisschen Begabung für Selbstbau hat und insgesamt sehr wissenschaftlich interessiert ist, ist das im Zusammenhang mit der Astrophotografie ein sehr interessantes Betätigungsfeld. Last but not least, sehr beliebt zur Zeit, ist der Selbstbau von sogenannten All-Sky-Kameras. Damit kann man den ganzen Himmel beobachten. Und das ist natürlich eine feine Sache, wenn es darum geht, zum Beispiel helle Feuerkugeln, sogenannte Boliden zu fotografieren und auch zu dokumentieren, also zeitlich. Auch hier gibt es Netzwerke. Es gibt eine sehr schöne Internetseite, wo man solche Beobachtungen melden kann. Verlinke ich euch natürlich unter dem Video. Es gibt aber auch von der DLR sozusagen eine Organisation, die in ganz Deutschland Meteor-Kameras aufstellt und wirklich professionelle Beobachtungen solcher Phänomene macht. Auch an meiner Sternwarte, wo ich beobachte, ist eine solche Kamera stationiert. Deswegen habe ich da auch einen Kontakt hin. Auch das verlinke ich euch unter dem Video. Ich habe bestimmt noch irgendwas vergessen. Jetzt gerade habe ich gesehen, im Forum auf astronomie.de gibt es ein neues Unterforum Radio Astronomie. Da habe ich auch neulich ja mal ein Video zugemacht. Auch ein sehr spannendes Thema. Bestimmt habe ich andere Dinge noch vergessen, die man hier erwähnen könnte. Aber ihr seht, es gibt immer noch Betätigungsfelder, abseits von, sage ich mal, Pretty Pictures, wo man sich als Astrofotograf insbesondere betätigen kann und zumindest einen wissenschaftlichen kleinen Beitrag leisten kann. Und nochmal der Beobachtungsaufruf. Ja, NGC 5907, diese Galaxie, die steht bald wieder relativ hoch am Himmel. Die könnt ihr natürlich belichten. Und dann bin ich sehr gespannt, was ihr da so entdeckt. Ihr müsst diese Galaxie natürlich so ungefähr 20 bis 30 Stunden belichten. Das möglichst bei sehr dunklem Himmel und einem schnellen Öffnungsverhältnis. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir ein Like, empfehlt den Kanal weiter. Ich bin auch gespannt, wie ihr das neue Kanaldesign findet. Mein neues Logo, was jetzt hier immer unten eingeblendet ist, gibt es seit neuestem. Ja, ich freue mich darauf, euch wiederzusehen nächste Woche. Und natürlich hier auch nochmal der Aufruf zur Bildbesprechung. Falls ihr Bilder habt, die ich mir mal anschauen soll und wo ich meine Meinung zu abgeben soll, dann schickt mir diese Bilder bitte an die Adresse frank.astrofotocolon.de. In diesem Sinne, eine schöne Zeit. Bis dann. Ciao.